Hallo und herzlich Willkommen hier zurück zu Assassin's Creed 3 Remastered. Mein Name ist Ed und ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du wieder dabei bist. So, wir gucken mal ganz kurz, was wir denn eigentlich machen wollten. Ähm, was haben wir denn hier hinten? Hier ist eine Siedlungsmission. Die würde ich eigentlich ganz gerne mit euch machen. Äh, und dann natürlich die Hauptmission. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hin zu der Siedlungsmission. Erledigen die. 49 Meter, guck mal, schöner weißer Schimmel. Können wir hier rüber? Gehen wir rüber. Okay. Das war leider doof. Das war doof. Ähm. Das war richtig doof. Woppa. Das war doof. Ich wollte doch nicht eigentlich den... Den Inseltypen wollte ich doch nicht fertig machen. Vielen Dank, mein Freund. Die hatten wohl ein Bier zu viel und mochten den Klang meiner Stimme nicht. Ich hab nur mit dem Mädchen geredet. Ich erkenne deinen Akzent nicht. Wo kommst du her? Aus dem Norden. Provence de Québec. Und was führt dich nach Boston? Ich bin eigentlich Bergmann. Doch ich finde keine Arbeit. Die Leute hören mich nicht an, wegen meiner Akzent. Vielleicht ist unser Treffen Schicksal. Ich komme aus einem Dorf ein paar Meilen nördlich von hier. Dort gibt es einen Minenansatz. Ich weiß nicht genau, was sich darin befindet, aber vielleicht genau das, was du suchst. Ich sehe es mir an. Wenn es gut aussieht, reden wir weiter. Okay. Gut. Hat doch noch geklappt. Äh. Ach, sind die Leichen weg. Schade. Äh. Die hätte ich noch plündern können. Aber gut. Es hat geklappt. Ähm. Weiter geht es. Da sind Spiele. Und da ist noch irgendwas anderes. Warte mal. Was war das? Hier ist glaube ich eine Menge. Äh. Äh. Was ist denn das jetzt hier? Ähm. Stadtschreier. Da könnte meine Dings wieder senken. Hier ist auch wieder was. Befreiungsmission. Stimmt. Da können wir ja den Bezirk so ein bisschen wegpusten. Also von den Templern befreien. Das machen wir auch. Ja los. Na dann machen wir die mal weg hier. Du kriegst die nicht. Ah. Jetzt wird es aber echt kritisch. Na. Ähm. Jetzt wird es doch ein bisschen haarig. Hehe. Wir sollten doch erstmal abhauen. Das war jetzt nicht so geplant. Ich suche nämlich die Wachen nach uns. Na. Warum springt der nicht? Okay. Ähm. Wir gehen doch mal lieber erstmal. Äh. Erstmal uns. Mit den Marktschreier anfreunden. Der unsere Bekanntheit wieder senkt. Ja. Die schießen nämlich auch schon auf mich. Die sind schon ganz schön böse. Helft uns, ihn zu fassen und unschädlich zu machen. Ah. Verdammt. Äh. Kann ich hier rein? Oh. Verdammt. Na. Na. Oh. Oh. Jetzt gibt es erstmal Hackelpeter. Wow. Boah. Kommt mir noch welche. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Holen die mich vom Pferd runter? Ich glaub's nicht. Äh. Schnell weg. 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 Wollte doch nur beim Marktschreier was machen. Verdammt. Ich muss anonym werden. Shit. Shit. Ich muss erstmal irgendwie weg hier. Und auch wieder welche. Also ich stehe jetzt hier. Oh. Da hinten. Gar so ein bisschen unter Druck. Ja. Komm. Ich muss erstmal anonym werden. Mal los. Einmal durchatmen. Die sind unten. Okay. Mütende Bürger. Es ist alles schlecht hier. Ich kann grad nix machen. Dann komm. Meine Güte. Problem ist. Wow. Wo kommst du denn her? Na. Ich muss erstmal weg hier. Erstmal muss ich erstmal irgendwie anonym werden. Also es ist jetzt wirklich extrem haarig. Jetzt gehen die da hin. Gehen die wieder da hin. Ah ne. Gehen die schon wieder der nächste. Komm. Jetzt mal irgendwie weg hier. Na. Weiter. Boah. Mann. 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 Ich versuch doch nur abzuhauen. Boah. Das gibt's nicht. Ey. Na. Hier geht's zur nächsten Quest. Ich muss erstmal irgendwie. Wir stecken uns erstmal. Ich hoffe die gucken nicht. Boah. Alter. Falter ey. Das war übel. Ohohohohohoho. Okay. Jetzt müssen wir mal zusehen, dass wir unsere Waffe ändern. Warte mal. Was ist der Bogen? Der Wurfpfeil ist nicht schlecht. Ja. Unsere dicke Axt haben wir jetzt gerade im Moment nicht. Assassin Tomahawk. hessische Axt. Wir müssen jetzt mal hier weg. Oh nein. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Oha. Shit. Einfach mal in die Mäute rein. Na komm. Oha. Tock. Boah. Umzingelt. Alter. Können wir die kalt machen? Na. Da. Oha. Na. Du. Na komm. Komm. Nächste. Alter. Ich glaube ich habe mittlerweile die halbe Stadt auf mir. Ich glaube ich habe hier. Was ist es hier? Na komm. Oha. 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 Na? Alter. Ich muss weg, ich muss weg. Irgendwie. Oh. Oh, es kommt der nächste. Na, komm. Oh, verdammt. Okay, das war zu viel jetzt gerade. Aber das war übel, ey. Leck mich am Fuß, ey. Dreier Bekanntheitsgrad ist schon echt übel. Ihr verdammten Gauner. Gib mir all dein Geld. Du weißt, wie das... Hau ab. Komm ran, wenn du die eine fangen willst. Geh weiter, Bursche. Hm. Du kriegst die nicht. Na? So. Oh. Sehr gut, hat geklappt. So, hier ist irgendwie wat. Ja, wat denn nu? Hm. Okay, äh, irgendwie... Kriminelle. Hm. Bo, 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 bo. Ah, da hinten. Nordbostenbanden. 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 Oh! Na komm, tüte doch mal. Oh. Werde ich doch mal. Irgendwie klappt das nicht so ganz. Jetzt habe ich die ganze Rasselbande wieder an der Backe. Wir machen jetzt als nächstes, sobald ich wieder in Tarnung bin, ähm... Na, ich habe hier alle wieder an der Backe. Na komm. Mann. Irgendwie fehlt gerade so ein bisschen der Sound. Also, jetzt töte den doch mal. Oh, anscheinend, der den mal tötet. Oh, habe ich es jetzt geschafft? Oder immer noch nicht? Anscheinend noch nicht. So, ich gewitere, aber irgendwie... Mein Gott. Momento, Momento. Oh, unbewaffnet, ey. Seid euch bescheuert. Nee, das könnte ja knicken. Okay, wir begeben uns jetzt definitiv zur Hauptquest wieder. Wir sind mit zwei Bekanntheitsgraden. Das ist schon ein bisschen... ...unschön. Ja, ja. Ja. Ah, Connor. Welche Erleichterung. Du bist da. Bitte lass mich... ...dir William Dawes und Robert Newman vorstellen. Dein Brief sagte, dass John Pitcairn auch hier wäre. Ah, er bereitet einen Angriff auf Lexington vor, wo Adams und Hancock Unterschlupf handen. Danach will er nach Concord ziehen und unsere Waffen und Vorräte zerstören. Du musst uns helfen. Dann sag mir, wo ich ihn finde und ich werde das sofort beenden. Er hat Dutzende, wenn nicht Hunderte von Soldaten zur Verfügung. Du kannst dich ihm nicht alleine stellen. Keine Sorge. Das musst du auch nicht. Wir haben selber eine ganze Armee, die nur darauf wartet, die Waffen zu erheben. Dann wirst du sie wohl rufen müssen. Nun gut. Du und ich überqueren den Charles River und geben Alarm. William, du nimmst bitte den Landweg und tust dasselbe. Robert, ich brauche dich in Christchurch. Zünde das Signal. Zwei Laternen, wenn der Feind von See kommt. Keine Zeit zu verlieren, mein Freund. Es geht um Leben und Tod. Komm! Hm. Ja, Bekanntheitschort 2 haben wir momentan. Anstatt er den erstmal mithilft, das Boot da ranzuziehen. Ich führe dich zu denen, die wir alarmieren müssen. Folge meinen Anweisungen und wir sind bald fertig. Okay. Ja, dann. Äh. Ah, hier ist noch so ein Ding zum Erholen. Gut, dann geben wir mal Gas. Exzellent! Die Richtung stimmt jetzt! Na, los. Wow, 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 wow. Wie gesagt, ich versuche jetzt gerade keine, äh... Oh, Drecke. Was machen die denn hier? Ja. Das muss ein Künstler sein. Sei vorsichtig, Connor. Sie dürfen die anderen nicht warnen. Okay, dann gehen wir mal weiter. Okay, wieder nach links. Oh, ey, Gaul. Bisschen störrisch zu steuern. Exzellent! Die Richtung stimmt jetzt! Gut. Gut. Ich glaube, wir sind auf Kurs. Da wären wir. Jetzt besser zu Fuß weiter. Aha. Okay. Ja, schön, dass du mir das zeigst. Äh, mal ganz kurz geguckt. Ähm, wir haben doch hier so ein paar neue Sachen. Hm. Äh, die haben wir noch unten. Okay. Also, schleichen ist das Gebot. Ja, wir müssen da hinten hin. Okay. 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 Wohin denn? Da hin? Ist es das? Das ist es. Das ist der richtige Ort. Okay, dann los. Lass alle wissen, dass die Rotröcke auf Lexington und Concord marschieren. Die Bretten kommen! Zurück in den Sattel, mein Freund. Wir müssen noch mehr Leute warnen. Mhm. Okay. Okay. Ja, wir sind hier ganz genau richtig. Na gut. Dann geht's weiter. Da wäre eine Feder gewesen. Wir reiten mal durchs Feld. Na dann los. Hoppa, Alter, was für ein Sprung. Da hinten kommt eine Patrouille. Entdeckt man uns, ist alles vorbei. Entdeckung! Na, ist schon unterwegs. Na komm. Hier, dann nach links. Na gut, dann gehen wir nach links. Aber durch den Wald, äh... ...schwierig. Ja, wir sind hier ganz genau richtig. Schön, schön. Also bis jetzt sind wir noch nicht entdeckt worden. Und das ist doch super. Oh, Drücke. Ja, wo denn lang? Okay, links. Okay. Ah, ich glaube, ich sehe das. Oh, da ist eine Mission oder irgendwie sowas. Ich will hier rüber. Komm ich aber nicht. Ja, wie komme ich denn da rüber? Warte mal, da vorne, oder? Kommen wir hier rüber? Ich glaube. Okay. Okay. Nach rechts, Connor! Ja, wir sind hier ganz genau richtig. Mhm. Dafür sollten wir absteigen. Es ist leiser und schneller. Ich wäre nicht überrascht, wenn es noch mehr Ärger gibt. Bleib wachsam. Mhm. Ist es das hier? Das ist es. Na, dann los. Das war doch derselbe Typ wie eben. Oh Mann. Okay. Hier wäre eine, äh, Dingsmission noch. Können wir die noch annehmen? Mal ganz kurz. Kann ich dich auch noch mit annehmen? Äh. Okay. Anscheinend nicht. Müssen wir erstmal das machen. Okay. Links. Will er wieder in die Richtung? Hier, dann nach links. Okay, weiter nach links in die Richtung. Gucken, wo die Jungs bleiben. Ich glaube, wir sind auf Kurs. Okay, sehr gut. Reite weiter. Bestimmt über die Brücke. Und da sehe ich auch schon die Rotrücke. Da lang, Connor. Kommen wir hier rüber. Ich fürchte fast nicht. Nee, will er nicht. Hm, die Rotrücke. Da warten wir ein Momentchen ab. Wir müssen mit Sicherheit über die Brücke. Ach. Dafür sollten wir abschneiden. Es ist leiser und schneller. Okay, dann steigen wir mal ab. Na, wo denn? Da, das ist es. Wenn du auch schrubst den mal weg, den Eulen. Sehr gut. Die Rotrücke, komm. Hier, wir sind hier. Wow. Okay, den Hinter... Wir müssen sie abhängen. Okay, dann wollen wir mal abhauen. Ja, was glaubst du, was ich tue? Ja, ich weiß. Oh, bleibt doch hier nicht hängen. Wir müssen die Rotrücke abschütteln. Na, erst mal in Kommen. Das haben wir geschafft. Das war zu knapp für meinen Geschmack. Dass uns weiteren Überraschungen aus dem Weg gehen. Ja. Hopp. Wir gehen da lang. Wir müssen sie abhängen. Schon wieder? Das war zu knapp für meinen Geschmack. Dass uns weiteren Überraschungen aus dem Weg gehen. Okay. Dann nach links. Okay, nach links. Komm hier hoch. Oh, dieser Gaul, ne? Falsche Richtung, Connor! Ja, doch. Ich muss ja erstmal wieder hier rauskommen. Das kommt mir ja gar nicht bekannt vor. Ähm, muss da oben irgendwo sein. Das stimmt was nicht. Wir sind hier falsch. Ja. Mein Gott. Wir arbeiten ja daran. Aber man muss ja erstmal irgendwie hoch hier kommen. Erstmal raus aus dieser... Das kommt mir ja gar nicht bekannt vor. Ja, komm, halt die Klappe. Der Pfeil zeigt aber dahin. Da lang, Connor! Na gut, dann gehen wir halt da lang. Ja. Zeitlimit kannst du vergessen. Hier dann nach links. Und jetzt wieder nach links. Oh, Gaul! Oh, du scheiß Gaul. Ganz ehrlich, ne? Komm. Hier nicht, Connor! Ja, ich muss erstmal runterkommen von diesen scheiß Steinen. Ach, dieser Gaul, ey. Ja, ich muss erstmal runterkommen. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017